Ko-Gong, Ko-Gong! Das sieht irgendwie recht gut aus und dann schaut einfach sie an Sie schaut aus, als hätten sie auf eine Platte geschissen die gerade mit Paint verbunden war und da sind eben ihre Haare rausgekommen Achso, und jetzt geht der Full Hard Mode Ja, schaut aus wie zu einem Fischer Oh! Sweet, sweet, yes, sweet Das ist der Deliver of the Lyrics Ist jetzt der Kampf Kämpfst du jetzt? Ja Jetzt haben wir ein paar rumdraht Tails Ich sehe hier haben wir ein paar rumdraht Schau dir das an, schau dir das an, dass wieder so ein Schwachsinn kommt Sweet, sweet, yes, sweet Sweet, sweet, yes, sweet Nimm einen Ring Es gibt, es hüft nichts bei ihm Achso, stimmt, stimmt Natürlich vergisst du das, weil das komplett scheiße ist Ja, weil Schwachsinn ist Ja Security Hall Oh fuck Aber ich nicht Da waren wir noch nicht Nein, nein, da waren wir noch nicht Aber die schauen schon ziemlich scheiße aus Oh fuck mal, ey, Jago Raucht sie oder? Achso, ist sie zu kalt Hallo Warum bleibst du nicht bei Jago? Ist sie sogar hier oder? Oh 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 Okay Oh 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 Ich komm, ich krieg schon wieder nicht sterben Du kriegst nie da, das musst du mal merken Du kriegst nicht da Was, 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 was Ich weiß nicht Ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, aber oben rechts Oh Oh fuck my life Ich bin wundervoll, ich bin powerful, ich bin frei Fuck my life Wie, überall Ja, da ist er Da ist er Da ist er der Minter Es ist einfach einer von drei plötzlich Es war einmal neun Ja Sieben Ja, aber er braucht fünfe Fünfe für die Maschinen Ah, mach doch schon Es ändert sich die Zahl irgendwie immer So wie mit dir Hey Hallo Wie mit der Körbchengröße von Heidi Klum Wirklich? Na, aber, aber Aber sie zählt als Universalbeispiel Ähm, Ding Ah, Daniela Katzenberger Ja, die hat die auch im Sinn gehabt Die ist schier Ist das Snake? Josh Ich hab keine Zeit für den Scheißdreck Ja, dann tu es halt nicht Ich hab nicht gesagt, tu es Stimmt, Isau hat irgendwie was gesagt Ja Oh Ich hab mir noch, dass da oben ist Fuck Ja, ja Ja, dann ist es weiter unten Dann ist es schön weiter unten wieder Halt die Fressen, Eggman Na, das ist nicht schön weiter unten Na, da ist nicht schön weiter unten Aber es muss doch irgendwo sein Ich krieg nicht da Better, ich krieg nie da Oh, 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 oh und schiefen vorbei vorbei er ist ein dem unsermore das aber man hat es zu tun wird um auch während meiner schicht oder sie ziehen die Leute ausländen das war nur vom Euro er ist gut wir hatten Golden, we are golden, habe ich gesagt und ich bin fast tot, habe ich gesagt. Wo ist dieses Mutterschwein? Nutese, nut nut. Nutese, ey, dieser Hurensohn hat einfach unseren Ball genommen. Ich verstehe es nicht, ich komme nicht, ich kriege es nicht. Der muss da unten irgendwo sein, wir reden ja nicht. Sie stehen drauf wahrscheinlich. Ich komme da nicht mehr runter. Ja, dann musst du irgendwie anders, du musst da wahrscheinlich drüber. Wie der Gansi, wegen die scheiß Ventilatoren da. Ja, was du, was du, was du. Oh, Baby. I can't live on like this. Schön. Here I go again on my own. Walking down the only road I've ever known. Like a drifter I was born to walk alone. Jago. Ralf. Jago. Ralf. Jago. Ralf. 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 Tschechien reicht auch schon. Okay, er ist ungefähr auf dieser Höhe. Er war ca. so groß. Ich glaube, er hatte braune Augen. Und ja, ja, das Dio, das kannte ich. Oh de la rö. Oh de la rö. Ja, Freunde, wir haben schon gesagt, das sagt fucking Benjamin Blümchen immer, wenn er schreit. Und weil er halt immer so viel Durchfall hat. Aber der Arzt versteht einfach nicht, was er am sagen will. Dabei sagt das ja so deutlich. Aber der Arzt so, ja, ja, te rö, aber was ist ihr Problem? Di a rö. Aber das kapiert einfach gar nicht. Der einzige, der es kapiert, ist sein Freund, äh, wie heißt sein Freund? Ich will jetzt sagen sein Freund Benjamin. Benjamin sein Freund Benjamin. Das heißt in der Serie, wo jeder Benjamin... Oh mein Gott, warum gibt es keine Serie? So, wie war das? Er heißt Otto, seine Schwester heißt... Irgend so ein Schwachsinn wie Utilia, sein Vater hat Otto kam. Utilia, ja, Utilia. Sein Vater hat Otto kam. Peter. Oh ja. Wo, wo, wo willst man sagen, dass der ist? Du, ich will dir gar nichts sagen. Ich will gar nicht... Ach, heute war ich im Stiegenhaus, sonst komm ich raus. Du bist nicht unser Nachbar. Nein, deswegen ist es mir ziemlich wurscht. Außer wie schlafen, was mir richtig auf die Eier geht, wenn ich schlafen will. Jede, jede Woche wieder. Einfach immer dienstags und donnerstags um circa 7.30 Uhr. Der fucking Müllwagen. Jedes Mal wieder weckt mich dieser Motherfucker. Und es ist immer so... Ach, fahr einfach weiter. Es hört sich so an, als würden die da draußen, als würden die einfach so Metallstangen mitnehmen. Sie bauen dann so ein kleines Gerüst auf. Und dann fahr ich halt... Oh, Peter, ich bin schon wieder tot. Ein kleines Metallstangenkonzert bei uns vorm Haus. Und ich lieg da und denk mir so... Alter, ich hab grad eigentlich recht gut geschlafen. Und jetzt ist es halt so... Scheiße. Vielleicht sind wir zum Superdamm. Oh, oh, Peter. Jetzt war am Süd. Oh, oh, ja, stimmt. So vier Müllmänner, die gemeinsam auf irgendwelche Metallstangen mit Metallstangen rumhämmern. Ja, I like. Wie er sagt, ja, mir gefällt. Ich würd sagen, na. Weil ihr weckt mir jede Scheiße jeden Morgen auf. Jeden zweiten, also jeden. Dienstag und Donnerstag. 37. Irgendwann merkst du das. Irgendwann... Irgendwann... Manchmal gehen Montags sogar mit dem Scheiß Wissen ins Bett, so, ja, Scheiße, morgen kommt der Müllwagen. Also, heute ist ein Kummer. Ich... Ich hab mit geschlossenen Fenster geschlafen. Also, ich kann's nicht genau sagen. Daher haben wir es sogar schon nicht so schlimm. Du hast mit geschlossenen Hosen geschlafen. Na, die ist im Ofen. Wenn ich überhaupt eine trage. Ja, schwierig, gell. Mit Hosen schlafen wie so eine Scheiße. Ja, nur schwieriger ist, wenn du dann bei irgendwem anderen schlägst und du willst keine Hosen tragen. Das geht nochmal ganz gut. Das geht nochmal ganz gut. Oh, doch. Wie Rancher. Rancher. Baby. Rancher. Baby. Baby. Oh, fuck. Mal live. Da ist er. Das ist wieder Snake. Das ist wieder Snake. Der Snake ist ja Scheiße. Den würde ich mir nennen. Nein, wir sind schon wieder so weit. Ja, ist es. Mein Gott. Die Zeit vergeht bei dem Schwachsinn. Sie benutzen bei dem Speichern genau den gleichen Klick wie wir bei unserem Thumblr. Sie lassen es in 3D ausschauen indem sie ihr zweite Schrift dahinter legen. Ja, ja. Wann hat das jetzt automatisch weitergemacht? Bei. So. 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 So.